ja leute hier ein kleiner vlog und zwar eine mit einer kleinen information morgen werde ich zur gamescom fahren das erste mal nach langer zeit weil nie zeit gefunden und werde dann ein größeres video machen das hier geht auf gleich so ein zwei minütchen nur und werde da alles filmen so was interessant sein könnte und ja vielleicht werde ich auch den ein oder anderen youtuber treffen und dann gleich ist zum beispiel da bis morgen dann hätte ich vielleicht glück den zu treffen das wir auch hier verneut dann könnt ihr meine karte unterscheiden ja und werde sonntag dann das video hochladen für euch und ich werde heute früher ins Bett gehen das video geschnitten habe werde ich mich sofort aufs vorlegen damit ich morgen früh sehr früh muss ich aufstehen glaube ich muss um 6 uhr oder so aufstehen sogar noch früher ich weiß es gar nicht und damit ich ausgeschlafen bin gespannt ob das da morgen wird statt zu voll ist oder zu warm haben extra heute noch ein schönes so vieles dick gekauft damit ich auch schön zwei meter in der höhe dann filmen kann ich war da ja noch mal gleich treffe ich auch den ein oder anderen von euch wäre auf jeden fall nice wenn ihr mich erkenne erkennt erkennt genau bis dahin ciao